Ja, jetzt zu meiner zugewachsener Weise, das war mir klar, jetzt kommt der mit Stein. Das ist jetzt scheiße, weil ich jetzt da kein Griff habe, wenn es kommt. Ja, ja, das machen wir schon irgendwie. Ich muss noch mal zurück. Ich kann auch noch zurück, aber... Ja, er nimmt eine Haube als Stütze. Fast, kein Problem. Aber wenn du voll einschlägst, kannst du nicht? Nee, weil du hast hier so eine Steinkante, da greift der hier unten rein und muss hier so rüber. Da gibt es einfach Vollgas und schlägt schnell eins. Ich mache zwei Gang rein. Jetzt rum. Warte, der hängt unten am Reifen dann links. Da vorne hätte er aber Krante zum Reingreifen. Ja, aber dann... Fast, und jetzt schwindet ganz schnell nach Deck. Jetzt noch mal, wenn du da die Kante vermischen kannst. Ja? 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 Ja, das sagt nach der Hunde. Das guckt auch, wie das funktioniert, glaubst du? Sieht eigentlich so hoch und dann rumkippt... Ja. Zielt auf meine Kamera und lenkt kopf hoch herauf. Er greift sich die Runde, geht er rein in den Stall. Jetzt hat er sich ein Charakter über Einwand frei. So eine Kante von einem Stein, und da greift er sich rein. Ja, da mit dem Kotflügel. Schlaf! Schlaf! Ich habe jetzt gerade gar nichts gemacht, das war unten was auf Autopilot, da hat er meine Funke. Oh Gott, ist Traxas geil! Alle anderen vorbegange dazu, scheiß Traxas pleite! Ist das der Hammer! Vorher wird analysiert und alles. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Achso, was kann ich mir denn da runter holen? Ja, du kannst da auch runter holen, aber dann musst du dann da wieder hoch. Hä, hä, warte mal jetzt mal. Oh, nee, da kommt ein bisschen weg. Der hielt jetzt hoch. Oh, okay. Ja, aber mit Filzbiel. Mit Filzbiel. Mit Filzbiel haben wir Filzbiel. Also ich halt, ja. Mit Filzbiel. Ja, das brauchst du mal ein bisschen nach dem Hammer. Hanna, Lena? Ja, genau. Super, gell. Danke, ich habe auch lange gerucht, bis ich das... Das war gut. Ich glaube, ich lasse den Ton drauf. Ich glaube, ich lasse den Ton drauf. Das sind ja nicht die Sachen drauf. Hallo, steig. Hattest du da? Ey, das ist cool. So. Ja, boah. Ich brauche keine Sandfläche, da draußen sind weiter. Jetzt muss ich mir das aber auch mal näher auch wieder hin. Da musst du erst ein Update drauf nehmen. Jetzt fahre ich da runter und da hinten wieder raus. Dann geht's doch. Ich hab da auch nichts neu. Nein. Ja, ich muss auch nichts da drinnen. Oh, nein. Fahr zu, ich muss dir noch. Nee, oder auch. Denk an den Wurzeln. Bumm. Ja, ich war geschockt, ja. Das ist ja... Au. Sag ich ja, ich bin nicht sicher. Ja. Warte, ich bin der Matze da durch. Ich noch filmen wir da. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Jetzt guck, ich bin einmal aufgesteilt. Ich hab schon 100 Punkte. Akku leer. Wie jetzt? Nein. Alle an der Knie durchschnittlich. Alle an der Knie durchschnittlich. Hahaha! Ich Adulten hier in der Knie hier hin.